Lieber Löwe, willkommen bei der Juli-Tarot-Legung. Ja, ich sehe hier eine schöne Entwicklung, etwas Neues wird hier aufgebaut. Die Pläne sind schon da, du könntest den Ungeduld verfallen, weil die Erwartungshaltung da einfach zu hoch ist, beziehungsweise die Erwartungen unterschiedlich aussehen, wie das nun weitergehen soll. Ja, ich habe hier die Orakelkarte der Wolf für euch gezogen, mit der 66, hier steht, verwandle Wissen in Weisheit. Ja, der Wolf ist ja ein Fabelwesen mitunter und in den Märchen ist ja der Wolf immer der Schlaue. Der macht das schlau, der ist ja nicht laut, der ist leise, der schleicht sich an und kommt dann zum Zuge, wenn keiner damit rechnet. Und hier ist, glaube ich, auch der Rat der Karten, schlau vorzugehen, ja, nicht zu übertreiben, langsam machen. Ich habe hier Feuer bei dir. Du siehst hier irgendeine Chance und du bist Feuer und Flamme. Eigentlich bist du hier die Königin der Schwerter. So startest du in die Juli-Legung. Und die Königin der Schwerter, die ist ja sehr überlegt, die ist ja strategisch. Ja, die überlegt erst und dann sagt sie vielleicht was, aber eigentlich hat sie so den Gesamtplan im Kopf. Die übertreibt nicht, ja, die hat auch realistische Vorstellungen. Aber weil hier plötzlich eine Chance auftaucht, irgendwas blitzt hier auf, da hast du sofort ganz große Pläne. Bitte die ganz große Nummer, sagst du hier als Löwe. Das Ding ist, du hast es hier mit einer Königin der Münzen zu tun und hier auch Münzkarten dahinter. Du hast es hier mit jemandem im Juli zu tun. Dieser Mensch will langsamen Aufbau. Es ist nicht das Tempo, was du haben möchtest. Dieser Mensch sagt langsam, langsam, Schritt für Schritt. Hier geht es um Genauigkeit bei der Königin der Münzen. Ja, mit dem Ast der Münzen und mit drei der Münzen ist hier diese Bereitschaft, diese Kooperation ersichtlich in deine Richtung, ja, was du auch erkennst. Aber du bist da schon zehn Schritte weiter. Du willst es alles ganz schnell machen. Du willst es alles ganz, ganz schnell. Und das passt diesen Menschen nicht, weil dieser Mensch sagt nicht die Schnelligkeit, nicht das Tempo ist hier gefragt, sondern die Präzision. Ja, und dieser Mensch ist hier unzufrieden mit Neuen der Kelche. Wahrscheinlich mit deinem Vorgehen oder mit deiner Erwartungshaltung. Und du könntest hier mit fünfter Schwerter dich da vielleicht im Ego angegriffen fühlen, weil du das missverstehst. Du verstehst dir irgendwas falsch. Du kriegst dir irgendwas in den falschen Hals. Und ja, die Gefahr ist hier groß, dass du dich hier angegriffen fühlst. Wie gesagt, es geht hier um die Erwartungshaltung, um die Vorgehensweise, die hier grundsätzlich unterschiedlich ausfällt. Ihr wollt beide das Gleiche, aber in einem anderen Tempo, mit anderen Rahmenbedingungen. Ja, ich kläre das hier mal. Der Herrscher. So, ich lege mal rasch aus. Während ich auslege, schaue ich mir schon die Karten an. Ja, und ihr schaut bitte nicht meine Hände an. Ich weiß, ich habe hier überall Spuren von der Gartenarbeit. Das sieht nicht so schön aus, aber ist halt eben so. Ja, ich habe hier den Herrscher und vier der Münzen. Das ist so eine starke Kontrolle. Du willst dir irgendwas im Griff behalten, unter Kontrolle halten. Ja, gelähmte gesagt. Du bist hier irgendwo stur, ja. Man muss es so sagen. Du hast hier so deinen Plan im Kopf und wenn das nicht so läuft, wie du es haben möchtest, dann bist du sehr schnell in der Verlustangst. Ja. Du bist sehr schnell in der Verlustangst. Wenn das nicht so läuft, wie du das haben möchtest, sagst du gleich, ja, die anderen mögen mich nicht oder ich werde nicht gesehen. Meine Leistung wird nicht wertgeschätzt. Ja. Hier ist mit dem ersten Kälte einfach dieses Indiz dafür, dass du da mehr auf dein Herz hören solltest. Ja. Geh da mehr ins Gefühl rein. Versuch das Ganze etwas weicher zu betrachten. Du bist hier sehr verhärtet und verstehst einfach nicht, was der andere möchte. Ja. Ich habe ja gesagt, Präzision ist hier beim Gegenüber das A und O. Dieser Mensch hier mit dem Eremiten, mit der Königin der Münzen, wünscht sich mehr Genauigkeit. Nicht nur schnell, schnell und das große Tamtam, sondern hier sollen wirklich ganz genaue Resultate kommen. Die Entscheidung fällt dieser Mensch, ja, in deine Richtung. Alles wird gut, aber es dauert hier seine Zeit. Du brauchst Geduld. Und was dich halt besonders nervt ist, dass das Gegenüber hier irgendwo dieses Tempo beeinflussen, steuern kann. Dieser Mensch hat hier definitiv mehr die Kontrolle über das ganze Geschehen, hat hier mehr Entscheidungsbefugnis wie du und das könnte dich irgendwo ärgern. Es ist hier angeraten, dass du hier aus dieser Herrscherstruktur rausgehst, mehr ins Gefühl, mehr in die Weichheit. Ja. So, wie geht das hier weiter? Ja, die Königin der Kälte. Der Eremit umgekehrt. Ach, jetzt sind hier ganz viele gekommen. Na gut. So, wie geht das? Ja, liebe Löwen. Wie geht es hier weiter? Was ganz gut ist in den Zukunftsgarten ist ja die Löwe als Königin der Kälte. Also sehr schön, gerade für kreative Arbeiten. Sehr schöne Zugänge zu Kreativität, Kunst, Kultur. Wenn du in diesem Beruf hier arbeiten solltest. Woran es hier hapert, ist diese Präzision, was dein Gegenüber hier erwartet. Dieses ganz genaue, feine. Die Jungfrau sieht wirklich alles. Das ist Jungfrauenergie hier mit dem Eremiten. Du siehst diese Ansprüche nicht, muss ich dir leider sagen, ja. Es hat sie schon in der Mitte bis Ende Juni-Legung so ein bisschen abgezeichnet. Es liegt nicht daran, dass du was falsch machst oder dein Gegenüber was falsch macht. Es sind einfach unterschiedliche Ansprüche. Es geht hier um eine bestimmte Angelegenheit. Du wirst schon wissen, worum es geht. Wo einfach ihr mit unterschiedlichen Augen etwas betrachtet. Ja, da steht eine Vase im Raum. Die hat ein bestimmtes Muster. Und du, Löwe, siehst da ein gewisses Muster darin. und sagst, ja, die Vase ist so gerundet und die hat, weiß weiß ich, Mosaikmuster und die und die Farben. Und dein Gegenüber betrachtet diese Vase und sieht genau was anderes. Sagt, diese Vase ist quadratisch und hat hier Wellen drauf. Also, ihr seht das Gleiche an, aber mit unterschiedlichen Augen. Und das ist hier der Krugs. Und dein Gegenüber sagt, du, lieber Löwe, siehst hier etwas Bestimmtes nicht. Und ich sehe hier auch in der Zukunft, dass du das nicht erkennen kannst, weil ihr beide auch nicht, ja, ihr habt einfach nicht die gleichen Augen. Das kann man nicht verändern. Ja, und du kommst hier in einen Konflikt mit 5 der Stäbe. Was hier aufgestellt werden soll, sind 4 der Stäbe. Ja, hier soll etwas Stabiles entstehen. Passiert hier aber nicht, weil du erstmal hier dich dem Ganzen nicht öffnest und dann diese Präzision fehlt hier einfach. Du kannst das nicht bedienen, was dein Gegenüber hier erwartet. Und gleichzeitig kann dein Gegenüber nicht diese Inspiration, diese Stabkraft bei dir entdecken. Du hast etwas, was du auf eine ganz bestimmte Art und Weise machst, was dieser Mensch nicht wertschätzen kann, weil er sie diese Augen dafür gar nicht hat. Da muss sich keiner fertig machen, ja, mit Ängsten oder Gewissensbissen oder ich habe was falsch gemacht. Nein, ihr seid einfach total anders. Du wirst hier von etwas loslassen, sage ich dir. Und du wirst hier in die Heilung kommen, ja. Wir haben hier auch die Todeskarte, ja. Die Todeskarte kommt, wenn man einfach etwas loslässt, was nicht mehr passt, was sich totgelaufen hat. Und bitte jetzt nicht in Panik verfallen, die Leute, die für die Liebe schauen oder sich in einer schönen Partnerschaft befinden. Es ist eine allgemeine Legung. Ich gucke für das Kollektiv. Hier wird irgendein Projekt vielleicht innerhalb der Partnerschaft oder irgendein Teilaspekt vom Beruf, von der Ausbildung wird hier losgelassen. Und das ist auch wichtig. Du kommst hier in die Heilung. Du wirst dann vielleicht einen neuen Weg, einen anderen Weg einschlagen. Du hast dich ja an etwas festgehalten, was nicht zu deiner Energie passt, lieber Löwe. Und deswegen bist du hier in so eine Zähigkeit, in so eine Härte reingekommen, weil du hier verbissen an etwas festgehalten hast, was nicht für dich bestimmt war. Wir haben hier drei Demünzen, hier haben wir drei Demünzen. Ich sehe hier jemanden, der wirklich lange Zeit versucht hat, mit dir hier etwas aufzubauen. Irgendwann kommt der Knackpunkt, wo das nicht mehr weitergehen kann. Ja, wir haben hier die Turmkarte und zehn der Schwerter. Jemand sagt Adieu, so läuft das nicht, so funktioniert das hier nicht. Was sich hier aber zeigt, weil das sind die Energien hier von außen, die auf euch zukommen. Hier zeigt sich ein Bube der Stäbe. Hier unterm Deck, diese ersten zwei Reihen, das sind hier diese Karten, hat sich auch der Bube der Stäbe gezeigt. Das ist hier für dich, lieber Löwe, ein neuer Kontakt. Das sind hier neue Chancen, eine neue Umgebung, neue Menschen für dich, die sich hier zeigen werden, während dieses Alte zusammenbricht. Und dieser Bube hat hier einen Stab in der Hand und du hast hier auch drei Stäbe in der Hand. Ihr seid ja die Stabkönige, liebe Löwen. Ihr könnt mit Stäben gut arbeiten. Stäbe sind schnell. Das ist Inspiration. Das ist Energie. Der Löwe, der will hier nicht Münze für Münze aufbauen. Ja, ganz langsam und ja toll. In 20 Jahren haben wir das Projekt fertiggestellt. Da sagt der Löwe, du komm, da bin ich schon alt und grau. Das ist mir viel zu lange, viel zu spät. Du willst hier schnelle Erfolge sehen. Du willst, dass das brennt. Und hier kommt jemand, hier kommt jemand Neues, der dafür diese Augen hat. Der hat diese Augen dafür. Dieser Mensch sieht dich und kann da mitschwingen. Sagt, ja, das sind tolle Ideen, tolle Projekte. Du machst es klasse. Ich finde das super. Ich mache damit jemand, der das unterstützt, der das sieht, was du hier aufstellen möchtest. Ja? So. Ich hoffe, ihr konntet hier einiges für euch mitnehmen, liebe Löwen. Ich wünsche euch alles Gute und die Juli-Geburtstagskinder ein herzliches Happy Birthday von meiner Seite. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.